Hallo liebe Webseitenbesucher, ich bin Petra Mühlbach und führe einen Online-Verlag. Meine Autoren und ich haben in den letzten Jahren alle Online-Webseiten auf Drupal umgestellt und arbeiten täglich mit Drupal als Anwender. Dadurch hat sich eine ganze Menge Anwenderwissen in meinen Teams angesammelt. Drupal ist eine kostenlos verfügbare Software, mit der Sie Ihre eigene Homepage erstellen können. Natürlich können Sie auch Ihren eigenen Blog über Drupal realisieren oder Ihre digitalen Produkte über das Internet verkaufen. Was auch immer Sie mit Ihrer Homepage wollen, ist es ganz leicht mit Drupal umsetzbar. Man weiß wie es geht und ist kinderleicht und führt ganz schnell zum gewünschten Ergebnis. Nutzen Sie das Wissen meiner Autoren, die selbst täglich mit Drupal arbeiten, um selber schnell einen eigenen Blog oder eine eigene Homepage zu erstellen. Dazu habe ich für Sie freie Video-Tutorials meiner Autoren her bereitgestellt, die Schritt für Schritt direkt am Bildschirm zeigen, wie Sie eine eigene Homepage erstellen mit Drupal. Natürlich sind diese Lehrvideos für Sie kostenlos verfügbar. Tragen Sie sich jetzt mit Ihrem Namen und Ihrer E-Mail-Adresse unter diesem Video in das Formular ein, damit ich Ihnen Ihren kostenlosen Zugang zu den Videos zusenden kann. Es grüßt Sie herzlich, Petra Mühlbach. Tschüss und viel Spaß damit.